Hey Leute willkommen zurück bei Terraria und wie sehr geht es schon wieder die Sonne unter Ach immer wenn ich hier Spiel starte dann geht die Sonne unter Ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht wieso Ich würde einfach sagen wir graben uns runter Oh Gott Könnten wir mal ein bisschen aufräumen Also Du nicht So was haben wir denn hier Wir haben die Bahn, wir haben die Bahn Rüstung haben wir Ja Sinn haben wir unten Aber sonst Könnten wir mal ablegen Shanes Glaube ich nicht dass wir die so schnell brauchen Genauso wie die Ahund Dinger Ja Clay Kann sein dass wir jederzeit mal wieder Clay nutzen Kann sein Deathweed Reiner mit Mud wird es wahrscheinlich nicht sein dass wir das benutzen Wir haben noch leere Gläser Nehmen wir noch die leeren Gläser hier rein und dann geht es auf nach unten Bisschen wieder graben Was war denn da was kam denn da an A squirrel A squirrel Streifenhörnchen Ne Eichhörnchen Und ja wir buddeln uns jetzt einfach nach unten wieder Haben wir denn irgendwas Genau die haben wir da Die brauchen wir auch nicht hier die Tankschen Ohr In dem Bereich Sondern das machen wir ganz normal in dem anderen Bereich Oh jetzt ist es hier Wie geil Ich glaube das war ja so wenn wir jetzt hier runter buddeln Genau Gut dann machen wir das anders Brauchen wir einen Ablauf Weiß nicht ob das rausreicht So Ich habe keinen bock dass es mir das alles mal entgegen knallt Oh da brauchen wir ewig hier Das ist Eisen Siehst du richtig oder ist das Stein Das ist Stein Okay Hier hinten ist was Obwohl das bestimmt auch Stein ist Also Eisen könnten wir ruhig auch gebrauchen Weil ich ja festgestellt habe Hey wir brauchen extrem viel Eisen für Müssenrüstung Da drüben ist Licht Da waren wir eindeutig schon mal Wir gehen aber weiter drunten Wo wir da Wo wir hier die Glowing Potion Oder wie hieß der Potion Womit wir Sachen sehen konnten Ich habe sogar gesagt damals Wo wir dann Die ganzen anderen Rohstoffe gefunden haben Und nicht das was wir wollten Die ganzen Edelsteine Verdammt nochmal Wir haben ja Edelsteine gesammelt Brauchen wir nicht So War nicht die Grappling Hook auch noch eine Taste Muss ich wahrscheinlich erstmal machen Grappling Hook da gab es nämlich eine Taste Zu geil war Ich habe die schon früher immer geliebt Als ich damals Terraria gespielt habe Ohne aufzunehmen Und dann war Ohas Aber das ist diese Tankschen Und wie ich sehe Sieht da ein bisschen feucht aus Liegt wohl eindeutig daran Dass ich da ein bisschen Wasser reingemacht habe Nein nicht ganz Ich sehe schon Nicht ganz Das liegt nicht nur daran Dass ich da ein bisschen Wasser genommen habe Okay Sehr verstanden So jetzt ist es schon mal außerhalb von diesem Bereich Wäre gut wenn wir hier noch ein bisschen Okay da kramen wir uns gleich eh runter Ich bin mal gespannt Wie das jetzt gleich ausgehen wird Was ist sowas von nervig Terraria Können wir hier ran? Ja Hier noch ein bisschen Genau jetzt läuft es nochmal weg Können wir das hier nochmal ran machen Wie sieht es aus? Haben wir hier irgendwie was in der Nähe Wo ich sage könnte geil sein Da haben wir auf jeden Fall Eisen nochmal Okay Und hier ist glaube ich auch nochmal Eisen Ja Die ganze sind raus Ich glaube ich bin sogar an einem Eisenblock gerade festgehangen Ja Dann werden wir uns mal hier reingraben Wie gut dass ich keinen Weg genommen habe Der direkt am besten da rüber geführt hat Dass ich jetzt alles hier mit dem Wasser wieder ausgleiche Ähm Machen wir kurz den Fackel rein Okay hier ist nichts Ich frage mich zwar immer noch wie er das macht mit dem Fackel Dass er die da drinnen platzieren kann Aber egal Ist mir auch egal Ganz ehrlich So Können wir jetzt hier noch was machen? Ja Stoneblock Super Ich habe gehofft ein bisschen Licht in die Sache zu bringen Guck mal hier Nein Das ist blöd Das ist auch blöd Okay erstmal hier lang Das heißt ich wollte nur ein bisschen Licht reinbringen Hm Also ich sehe nichts So Okay dann würde ich mal sagen Leiten wir so ein Das war Ich komme hier nicht hoch Dass ich ein bisschen weiter nach links gehe So dass ich kein Problem mit dem Wasser habe Wie gesagt hier die ganzen Slimes auf der anderen Seite Ich weiß nicht woher die kommen Aber es ist auch Licht da Ich glaube auch nicht dass es von der Brinkroot kommt Weil Brinkroot wesentlich schwacher ist Das muss also wirklich mal von mir gewesen sein Sieh mal einer an Okay da drüben ist das eine Truhe Ich gehe mal kurz hier drüben buddeln So gehen wir mal hier hin So Autsch Naja das ist bloß im Wasserlauf Da unten da ich glaube ich habe gerade Mineralien gesehen Machen wir das weg Ah Eisen Sehr schön Da unten ist auch noch was Es gibt so Wurm entgegen Na klar Komm her Super Aber verdammt dunkel dafür Dass ich das hier eingesetzt habe Gut vielleicht muss ich auch einfach mal Guck mal Ich will da und Ich muss echt eine Taste wieder definieren dafür So jetzt wird es noch mal heller Und Ich bin mal gespannt Was mit dem Bachauslauf aussieht weiter Wenn ich mich weiter hier reingrabe Okay Nicht so schlimm Ich dachte gerade schon Das wird so extrem wässrig dann Da unten Da ist noch ein Mineral oder Weiß es nicht Hier sind wir tanksten Ich will eigentlich Platin haben Aber Sei mir wohl nicht gegönnt Bin doch nur neugierig Ganz ehrlich Oh das ist Platin Yes Könnten wir vielleicht sogar ausreichend Für eine Platin Für eine Platin Spitzung kann man was bauen Rüstung nie und immer Aber Ich weiß gar nicht wie viel Ohr das benötigt Aber das ist gut und viel Also da droht es noch mal Eisen Und das ist ganz gut Dass ich für die Eisenrüstung das nutzen kann Wir haben hier Platin bisher nur Gar nicht benutzt So fährt man nicht Da fährt man Wie gesagt von Ohr Komm her Komm her Da unten ist er Noch mal getroffen Okay ist aber auch nicht die Eisenader sehe ich schon gerade Das ist mal ganz gut Wie gesagt für Für das andere würde ich das gerne nehmen Also für Für Rüstung würde ich gerne auch weiter den Platin nutzen Wollen Dass die Tankschen Rüstung komplett vergessen kann Und wie gesagt für das andere würde ich gerne eine Spitzhacke bauen Damit ich Der Dämoner da auch abbauen kann Unten Ist das wieder Tankschen da unten Oder was ist das Die rechts ist doch auch noch was Oder sehe ich sie falsch Kann man wegmachen und jetzt hier reinpacken Ne es blusht ein Okay Okay das scheint glaube ich wirklich Tankschen zu sein Und nicht gerade wenig Nö so wenig ist es gar nicht Oh ja das ist doch gut Naja obwohl ich nicht Momentan nicht so ganz weiß was ich mit Tankschen mache Aber Einen Bogen haben wir aus Ne das ist sogar Iron Also Woden Sonst machen wir Einen Hammer aus Tankschen Hahahaha Hm Das ist aber nichts oder Stein Das ist nicht so wirklich was Wir können uns noch weiter hier runtergraben Ich will mal kurz gucken wie sieht es momentan aus mit dem Wetter Ist es denn wieder hell geworden Oder wieder dunkel Wir haben doch hier in der Nähe auch ein Dämonenaltar Sonst würde ich da schon mal was basteln wollen Komm schon Ein bisschen höher könnte es ruhig sein Jetzt bereiten wir uns einfach darauf vor Wie gesagt wir müssen eh noch ein paar Sachen machen Okay und hoch Hey Das ist gerade erst mal morgen geworden Wie ironisch Gut dann Würde ich sagen Jetzt wo morgens ist Werd ich die Simban Mal stellen Die iron bars Und die platin bars So Dass die Waffen so voll wenig kosten Aber die anderen Ich verstehe es nicht Gut Platin nehmen wir mit Genauso wie iron Schuhe Und ich glaube dann brauchen wir müssen wir zum endvideo genau Und was wir brauchen sind Schuhe Schuhe und eine Platin Pixax Und ich hoffe die ist gut Die ist so gut Die ist gut Oder Yeah Size Und noch Back Und Damage Macht 8 Millilie Damage Können wir die verkaufen So und dann Jetzt Schuhe Kriegen wir einen Rüstungsbonus Ja Plus 2 Defense Huh Die ist doch richtig schnell Muss ich mal sagen Vergleichsweise Ding Mit dem Ding Was wir vorher hatten Komm hier Kannst du haben Würde ich fast sagen Wir gehen mal zu Corruption Bulle ein bisschen im Dämonite Rohr herum So lucky Hausschuh habe ich nicht Deswegen mal aufpassen Wenn es denn Na wir hätten es doch erstmal Obwohl da unten gibt es auch mehr als genug Glaube ich von den Dämonenaltaren Nur habe ich nicht die Sachen dabei Verdammt Oh ein Glöfslime Aua Er hat mir weh getan Hör mal auf Mal gucken Immer wieder gerne Riesensteinader hier Wenn man es als steinnah An Ader bezeichnen kann Aber das So Was haben wir jetzt hier Genau Corruption wollten wir ja Da wollte ich noch nicht runter Da hat mir noch nicht die Lust zu Mit dem grappling hook ist cool dass wir den jetzt haben Der bringt uns schon mal einiges mehr Kommt auch ganz gut klar damit wenn man irgendwie ein bisschen zu sehr abbremsen tut er gar nicht mehr mit dem Teil Okay Corruption Wollen wir mal jetzt ist das hier runter gehen sogar Aua Clostick Clostick Ne Glides Ich glaube kaputt machen kann ich das noch nicht oder Ne Ja wie geil Genau falsch raus Das ist ein grüner slime oder Ja Ach jetzt mach mir mehr slime viel zu Gange Kommt schon Mein Gott Aber hier kann ich runter ohne Probleme Hier war sogar Dämonite Ohr gewesen glaube ich Es ist ohne Probleme Hier kann ich runter Der spielt Okay und wir haben Hab ich die Ich hab 6 dabei Yes Wie ein gelbe slime mir drin eingesteckt ist Uah Kommt irgendwie ran oder Nein Nein Blöde Dämonite Ohr Also ich bin dran gekommen mit abbauen aber nicht mit Ah Wird schon sehen Wow Lustig So Ich kann nur ahnen Den Kerl Okay So Yes Dämonite Ohr Und hier unten was soll ich noch tun oder sowas Wenn man das als trug bezeichnen kann Oh komm schon Ich weiß auch gar nicht wie viel Dämonite Ohr man benötigt für solche Sachen Ich glaub Das ist jetzt relativ teuer die Waffen dafür Ja klar Macht dort was hin Ist logisch Und hier unten was soll ich noch machen Der macht mir ordentlich schauen Immer noch Hat sich nicht geändert Immer noch Knockback ist halt nicht mehr so groß mit der Waffe Hallo Danke Danke Ach ein grüner Slime Hm 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 Oh Gott Ja ist okay Nehmen wir trotzdem mal kurz den Heil dran So was war hier noch gewesen Gabs hier noch Dämonitor Also man sieht es ja Ah ja ok Ein paar Sachen waren noch vorhanden Woop Jetzt komm ich erstmal nicht weiter An der Stelle Wie gut dass es leuchtet Was ist das? Slime Panner Can be place Ha Wie geil Das ist ne Deko Sache Wow Ok da war ein bisschen zu viel runter das Guten Komm schon hoch Komm Komm Wir wollen wieder hoch Denn Draußen Ist noch hell Solange es hell ist Übertreiben die Monster nicht so gerne Ach Komm schon So Wüste Corruption Wüste oder wie man es nennen möchte Ja das war schon kurz mein Meine Maus Die dachte sich Sie verschwindet einfach mal kurz Hm hm Hallo Der ist auch geil gesperrt Was ist das? Eat of soul Das sind mal die sollen alles was sie dir auch so ist Ach Gott der kommt mir zu nah Verschwinde Okay So So Dich können wir ein bisschen ausweichen Dass du Weil du einfach vorbei bist Ach Die Sonne Die steht schon ein bisschen am Fundament Vielleicht sollten wir auch ein bisschen was aufbauen Äh Und sowas alles Ja hier sieht es eigentlich ganz gut aus Im Kaltkampfgebiet Ich guck nur Ja obwohl Ich sollte schon in der Nähe vom Spawn bleiben falls ich sterbe Dass ich dann jederzeit nachspawn kann Ach Gut Auch mal anfangen Wow Ich glaub zum ersten mal dass ich so einfach hochgehe Hier oben war ich auch noch nie So Was ist das? Er ist nur Stein Okay Ah Slime Bitte Ich hab jetzt ne Eisenrüstung Mit Defense Bonus Hier wär aber auch ne Möglichkeit Na ja ich glaub wir müssen erstmal mit dem Wasser vorbei Ah jetzt Das geht mir nicht auf den Sack Die sind ja nicht mal aggressiv Jetzt fall ich hier auch noch rein Die sind ja nicht mal aggressiv Die Slimes Muss man auch bedenken So Wow Lachsam könnten wir aber ankommen oder? So Hier möchte ich nicht gern kämpfen Das ist mir auch ein bisschen zu extrem an der Stelle Wow Das war knapp Das nehmen wir noch mit Ähm Ja und das sind wir eigentlich schon fast zuhause Komm nimm das noch mit Gut Gut Dann werden wir jetzt mal ganz schnell was basteln Ähm Grapplinghook So erstmal die Dinger Dann Noch paar von denen hier Damit ich mir nämlich das machen kann Super Gut Flair muss ich auch mal bedenken Dass die vielleicht eine Nähe wächst Ähm Grapplinghook Wollen wir die Flares 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 Dann haben wir die Flaeger Weil ich hoffe damit Ähm So ein bisschen Was ordentliches leisten zu können Dass die vielleicht anbrenne Komm schon Okay Okay Jetzt äh Damit ich hier wieder hoch gehen kann So Okay jetzt kommt die Nacht Jetzt müssen wir uns beeilen Gut Gut Erstmal das hier machen Autsch Autsch Okay Jetzt kommen die Slimes auch noch hoch Das wollte ich nicht Ja Eigentlich wollte ich ein bisschen höher machen Wollen ich zu hoch Ich muss noch hoch kommen Vielleicht können wir die noch abbauen Vielleicht können wir die noch abbauen Einfach damit So Okay aber dann sollte ich nicht trotzdem nicht durchfallen Was haben wir hier Night Owl Potion Shine Potion All of the lights Das brauchen wir nicht Iron Skin Defense erhöhen Wäre ganz gut Ähm Movement Speed Ja warum nicht Ähm Wie ich sagen Trinken wir einmal davon Boah Nicht Okay Jetzt ist die Nacht eingebrochen Wirklich Ähm Okay Das haben wir Das haben wir Das haben wir Müssen wir gleich das beschwören Und die Fackel noch Komm machen wir mal So Und dann kämpfen wir mal gegen den ersten Boss Aber Wie es aussieht Seht ihr nächstes Mal Bis denn Ciao Ciao